So Leute, es geht weiter. Wir sind mittlerweile an der Hälfte angekommen. Es geht heute um Texas Chainsaw Massacre 4, die Rückkehr. Wir sind jetzt genau bei der Hälfte angekommen. Ich unterteile die Texas Chainsaw Massacre Reihe irgendwie so in vier Originalfilme und vier neue Filme. Also Pre- und Post-Remake könnte man eigentlich sagen. Und The Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation oder wie auch oft genannt wird, The Return of the Texas Chainsaw Massacre, ist der letzte Teil dieser vier Originalfilme, würde ich jetzt mal sagen, bevor das Remake von Michael Bay rausgekommen ist. Ich komme langsam bescheuert vor, immer wieder dieselbe Story zusammenzufassen. Es geht um ein paar Teens, die in die Fänge der Kandibalenfamilie geraten. Duh, Story, fertig. Nur, dass die Teens in diesem Film noch unsympathischer und noch dämlicher sind als alle in den Filmen davor. Und es wirkt so, als wäre das wirklich gewollt in diesem Film. The Next Generation ist ein Stranger Film auf jeden Fall. Der Film wurde mir im Vorfeld angepriesen als der absolute Tiefpunkt der Reihe und als eine Monstrosität. Und das ist das Äquivalent von Batman und Robin, der Texas Chainsaw Massacre Reihe irgendwo ist. Und dass der Film unfassbar schlecht sei. Ja, ich kann es verstehen, der Film ist definitiv nicht gut, aber ich war auf eine merkwürdige Weise unterhalten von dem Film. Versteht mich nicht falsch, der Film ist definitiv nicht gut. Aber ich finde den Film irgendwie interessant, weil man merkt, was der Regisseur versucht hat mit dem Film. Aber es irgendwie an den falschen Stellen dann funktioniert hat und das ist irgendwie sehr witzig. Der Film wurde geschrieben von Kim Henkel, der auch das Drehbuch verfasst hat zu dem ersten Teil, zu dem Original von Tobi Hooper. Und er hat jetzt hier bei diesem Film auch Regie geführt. Das ist sein einziger Film, bei dem er jemals Regie geführt hat. Und das ist ein bisschen strange, weil es wirkt so, als würde der Film versuchen, bewusst Tropen des Slasher-Films zu parodieren. Besonders mit den Hauptfiguren, die hier in die Fänge der kannibalen Familie geraten. Es wirkt so, als wären die extra so strunzdumm und übertrieben geschrieben, dass es den Horrorfilm parodieren soll. Nur funktioniert das leider irgendwie nicht, weil der Film dann irgendwie nichts wirklich damit anstellt und wir einfach nur bescheuerte Protagonisten haben und das war's. Und da irgendwie nicht viel bei rumkommt. Und genauso geht da auch teilweise die Familie rund um Leatherface an. Wir haben da zum Beispiel die eine Frau, die irgendwie die Anführerin der Familie ist, die aber so tut, als wäre sie eine ganz normale Frau. Und man checkt die Dynamiken nicht, die da abgehen. Und das ist ziemlich, ziemlich weird. Und dann hat man noch Leatherface, der anscheinend in der Zwischenzeit eine Wandlung durchgemacht hat zu einem Transvestit. Wo ich weiß, dass sich viele Leute darüber aufregen, was ich finde, was einer der coolen Elemente ist in diesem Film. Weil Leatherface war immer in jedem Film sehr, sehr anders dargestellt. Und das finde ich eigentlich spannend, diese Figur zu nehmen und zu sagen, ja was ist, wenn der jetzt auf einmal Transvestit ist und in Frauenklamotten rumläuft. Und das ist eine interessante Idee für eine Horrorfilm-Hauptfigur, also für die hauptsächliche Antagonistenrolle. Aber auch damit hat man in dem Film dann im Endeffekt nichts wirklich angestellt. Also das wäre spannend, wenn man an so einer Stelle mal dann in die Psyche der Figur auch reingehen würde. Aber ne, macht der Film nicht. Von daher wirkt es dann auch einfach nur irgendwie skurril, wenn Leatherface vor allem zum Schluss mit der Kettensäge so hinter dem Truck herläuft. Und fast schon ein Ballettstück aufführt mit der Kettensäge. Es ist so weird, aber es ist so abgefahren, witzig auch irgendwie. Was den Film sehr, sehr unterhaltsam macht, ist Matthew McConaughey, der hier glaube ich sogar sein Leinwand-Debüt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bei Matthew McConaughey, genau wie bei Viggo Mortensen im Teil noch davor, weiß man, wenn der Typ auf der Leinwand ist, dann kriegt man ein fucking geiles Schauspiel. Und alter, er hat hier eine Hingabe in dem Film. Das könnte nur noch davon getoppt werden, dass im nächsten Teil der Reihe Nicolas Cage mitspielt. Das ist großartig. Matthew McConaughey ist fucking genial in diesem Film. Und wenn er zum Schluss vom Film ausrastet und anfängt sich überall aufzuschneiden auf dem Körper, das ist geil. Und da macht der Film wirklich, wirklich Spaß. Und das macht den Film wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Umso skurriler und überdrehter der Film wird, umso besser wird er, finde ich. Und das wird er vor allem so in der zweiten Hälfte des Films. Die erste Hälfte ist eigentlich ziemlich langweilig. Es passiert nicht wirklich viel. Und hier werden auch die Standard-Texas-Chains-or-Massacre-Szenen aneinandergereiht, die man eigentlich kennt, ohne uns irgendwas Neues zu bieten. Und an dem Punkt wirkt es wirklich wie, als hätte man einfach die alten Filme genommen und sie nochmal lauwarm aufgegossen. Es zeigen sich hier definitiv sehr, sehr starke Ermüdungsabnutzungen bei dem Franchise. Sonst muss man auch sagen, wirkt der ganze Film einfach von der Produktion schon recht billig, würde ich sagen. Bis auf Matthew McConaughey sind eigentlich keine Schauspieler in dem Film wirklich gut. Ich würde sogar sagen, die schauspielerischen Leistungen sind ziemlich schlecht in dem Film. Wenn ihr auf Gore aus seid oder Splatter, dann ist das auch vergebens, weil auch da bekommt man nicht wirklich was geboten in dem Film. Man bekommt ja nicht mal einen einzigen Mord mit der Kettensäge zu sehen. Und ja, es ist eigentlich in der ersten Hälfte alles einfach nur ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Und zum Schluss des Films war ich dann zwar doch irgendwie unterhalten, aber ich dachte mir auch so, ja gut, aber man muss es definitiv nicht gesehen haben, diesen Film. Es ist nur wirklich sehr witzig, weil es sehr, sehr skurril wird und sehr weird. Und ich muss sagen, ich mochte den Film trotzdem mehr noch als den zweiten. Weil er trotzdem noch allein durch das Setting irgendwie und vor allem durch Matthew McConaughey so wirkte, als würde er wenigstens im gleichen Universum spielen wie die restlichen Filme der Reihe. Aber Teil 2 war einfach so far out für mich, dass ich damit gar nichts anfangen konnte. Ich gebe Texas Chainsaw Massacre die Rückkehr 4 von 10 Punkten. Man muss ihn nicht gesehen haben, aber ich finde, er tut auch nicht wirklich weh. Also die Aufregung vieler Fans, die sie über diesen Film haben, kann ich dann doch nicht ganz nachvollziehen. Der Film ist jetzt frisch runter vom Index, also man kann ihn jetzt legal mit einer Altersfreigabe ab 18 im örtlichen Mediamarkt oder Saturn kaufen. Das ist auf jeden Fall cool, wenn ihr die Reihe vervollständigen wollt auf Blu-Ray, dann könnt ihr das jetzt tun. Sonst würde ich sagen, wir haben jetzt die Hälfte rum und im nächsten Video geht es dann um das von Michael Bay produzierte Remake The Texas Chainsaw Massacre. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, weil das soll ja ziemlich gut sein eigentlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.